Weiß ich nicht, ob das so cool ist, aber oh, oh, meine Güte. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen veganen Produkttest. Ich bin sehr gespannt heute auf ein paar Exoten, die ich dabei habe. Ich möchte gerne nochmal ganz liebe Grüße rausschicken an Anne. Sie hat nämlich beim letzten Gewinnspiel einen Rewe-Gutschein gewonnen und hat mir eine E-Mail geschickt und hat gesagt, weißt du was, ich möchte dir den gerne zurück schenken, einfach für die ganze tolle Arbeit, die ich hier auf dem Kanal mache mit den Produkttesten etc. und sie hat gesagt, sie würde sich freuen, wenn ich das Ganze annehme, damit ich mit diesem Geld auch wieder neue Produkte kaufe und sie für uns testen kann hier auf dem Kanal, wer sie das sehr wertschätzt. Da konnte ich nicht anders als zu sagen, ja, okay, dann mache ich das so und vielen, vielen Dank nochmal. Habe ich nicht mitgerechnet, aber genau das schätze ich einfach an unserer Community, dass das Ganze hier ein Geben und ein Nehmen ist. Die anderen drei Personen, die gewonnen haben, die haben Gott sei Dank ihre Gutscheine alle heil bekommen. Jetzt habe ich den Rahmen leider ein bisschen gesprengt vom Gutschein, aber das ist nicht schlimm, denn ich habe ein paar neue Produkte hier am Start und auch schon welche für einen nächsten Produkttest. Wir starten jetzt mit dem ersten Produkt und das ist folgendes. Wir haben hier Green Force, den veganen Leberkäse aber nicht als ganzes Stück, so wie es ihn schon mal gab, sondern in Scheibenform, also als Aufschnitt. Das habe ich auch in der Weekly Vegan schon mal angeteasert. Veganen Leberkäse so an sich auch noch nicht probiert. Wir haben hier das Ganze auf Basis von Erbsenprotein, das ist schon mal gut. Hier ganz klar deklariert, ohne Zusätze. Das ist auch ganz wichtig. Immer mehr Konsumenten gucken jetzt auch auf die Inhaltsstoffe, gerade bei den veganen Ersatzprodukten. Weltbewegend. Bei dem Erbsenprotein ist noch Ackerbohnenprotein dabei. Wir haben die beiden üblichen Verdächtigen, Verdickungsmittel, allemann zusammen, auf 3, 1, 2, 3, Karagen und Methylzellulose. Das ist natürlich nicht so gut. Wir haben hier schon Cognac drin, eine Sonja-Bohne-Abzug auf jeden Fall. Man sollte natürlich vorne auch richtig lesen, weil ich habe mir natürlich überlegt, okay, wenn Sie das da vorne hinschreiben, warum machen Sie es dann rein? Aber hier steht ohne Zusatz von, und natürlich ganz klein dann, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker. Heißt aber nicht ohne Zusatz von Zusatzstoffen. 169 Kilokalorien, da haben wir hier 14 Gramm Fett drin, im Verhältnis zu 7,2 Gramm Proteine. Das ist ein Verhältnis 1 zu 2 bezüglich Protein und Fett. Ich glaube, der klassische Leberkäse ist schon sehr fettlastig. Mal gucken, wie er sich macht. Wir machen das Ganze auf. Ich nehme natürlich eine erste Nase. Oh, das sieht auch krumm an. Schon mal lecker. Da kommt schon ein richtig kräftiger Geruch raus. Die erste Assoziation ist definitiv so ein bisschen Mortadella. Auf jeden Fall wabbelig. Lässt sich aber gut zersetzen. Das sieht mir ganz stark danach aus, jetzt wenn es einfach eine dunklere Variante ist von Mortadella. Man riecht leichte Proteine raus, also Ackerbohne und Erbse. Aber ich habe auch schon gefühlt, keine Ahnung, 100 Produkte getestet hier. Oder noch mehr sogar. Absolut Mortadella ähnlich. Leicht nach Erbsen und nach Ackerbohnen-Protein auch. Es ist nach Hand schon ein bisschen fettig, aber nicht irgendwie sapschig oder so. Saftig würde ich jetzt erstmal behaupten. Kein bitterer Beigeschmack oder Nebengeschmack außer dem Protein jetzt. Man schmeckt ein bisschen, da habe ich das Gefühl, ein bisschen Raps raus. Ja. Rapsöl ist drin. Führt mal ganz neutrale 2, ja 2,5. Billy Green, die absoluten Raketenstarter im veganen Aufschnittbereich, haben jetzt sich auch getraut, im veganen Hähnchenaufschnittbereich was zu machen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja schon ein paar Konkurrenten sehr solide Produkte gemacht haben. Hier steht vorne drauf, frei von Zusatzstoffen. Wenn das hier ohne Carrageen, ohne Methylzellulose ist und allem drum und dran, oder wenn das genauso schmeckt wie die Konkurrenz oder sogar besser, dann stechen die hier auch wieder einiges aus, weil bei den anderen ist nämlich genau das drin, Methylzellulose und oder Carrageen. Veganer Aufschnitt, Hähnchen-Style. Gibt es auch als Geschmacksrichtung Natur, ohne Curry oder so. Auf Basis von Weizenproteinen, so wie vieles von Billy Green. Oh, ich glaube, das hat sich gerade gereimt. Erbsenprotein ist noch mit dabei, Rapsöl ist dabei, Kokosfett haben sie hier benutzt. Kartoffelprotein ist mit dabei, auch sehr interessant. Auf 100 Gramm haben wir 215 Kilokalorien, 11 Gramm Fett, Kohlenhydrate 4,7 und das im Verhältnis zu Eiweiß, haltet euch für 22,5 Gramm Proteine. Klar, es ist Weizenprotein, ist jetzt nicht das beste Protein, aber ist auch ein bisschen was anderes noch mit dabei. Auf die ganzen veganen Protein-Geschichten will ich heute nicht eingehen, habe ich schon mehrmals gemacht und es gibt ja auch die Videos auf dem Kanal. So, nimm die erste Nase. Auf jeden Fall schon ein bisschen hähnchenartig, würde ich mal sagen. So leicht geräuchert, würde ich auch sagen. Also das kommt, Hähnchen, auf jeden Fall sehr schreckend nahe von der Konsistenz her in der Hand. Es wabbelt zwar ein bisschen, aber es ist trotzdem fest. Von der Struktur her sieht das wirklich so aus, als wenn das Hähnchen wäre. Hähnchen? Wenn man das jetzt auseinandernimmt, die Struktur ist sehr gut gelungen. Ganz minikölle Note drin, verteilt sich aber so ein bisschen, wenn man das Ganze zersetzt. Das finde ich nicht schlecht. Es ist nicht ganz 1 zu 1 Hähnchen-Ersatz, aber es kommt schon sehr nah dran. Erster Moment 95 Prozent, beim Zersetzen so 80, 85 Prozent. Aber ein super Erlebnis, frei von Zusatzstoffen generell, doppelt so viele Proteine drin wie Fett. Da fehlt nicht viel zu 5 Sojabohnen. 4 bis 400 Sojabohnen, absolut gerechtfertigt und vor allem auch verdient. Jetzt kommt absolutes Neuland. Die Firma habe ich, glaube ich, auch angeteasert in den Weekly Vegans. Bonmush oder Bonmush. Aufstriche im Fischersatzbereich. Tune-In-Salat. Und wir haben hier gleich noch einen richtigen Kracher und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Viele warten natürlich jetzt richtig lange schon auf ein gutes Konkurrenzprodukt zu dem veganen Thunfisch-Creme-Salat von Garden Gourmet. Das ist auf Basis von Austernpilzen, diese Geschichte. Sehr interessant. Pflanzliches Eiweiß ist auch mit drin, Erbse und Kartoffeln, Geliermittel, Kognak und Karagin. Xanthan ist hier mit dabei. Hier nichts ausgelassen, würde ich sagen. 135 Gramm Inhalt ist hier drin. Und jetzt kommt's, liebe Leute. Ach du meine Güte. Auf 100 Gramm haben wir 388 Kilokalorien. Das ist eine absolute Kalorienbombe. Ich sage euch auch warum, weil hier drin sind nämlich 40 Gramm Fett. Oh, Alter. Wir machen das Ganze jetzt auf. Erste Nase. Okay, es riecht nicht so viel nach etwas. Sieht auf jeden Fall nicht so schlecht aus hier. Ist ja salzig. Thunfisch kommt, wenn überhaupt, ganz schwach raus. Obwohl jetzt... Ja doch, Nachgeschmack kommt ein bisschen Thunfisch raus. Die Struktur definitiv nicht wie Thunfisch. Ihr habt bestimmt schon mal Pharma-Salat gegessen. Und dann dieses geräbelte, so ist die Konsistenz. Es ist aber nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist Thunfisch-Salat. Aber das Ganze spielt gut zusammen. Dem selbst überlassen, wenn es gut schmeckt. Oder wenn es euch gut schmeckt. Könnt ihr es natürlich nochmal wiederholen. Aber in meinen Plan passt es nicht rein. Sagen wir mal so. Ist okay. Rückt mich nicht ab. Kommt leider nicht annähernd an das Konkurrenzprodukt ran. Zwei, zweieinhalb Sojabohnen mit dem Ersatzprodukt an sich. Sehr weit weg, würde ich sagen. So, das nächste Produkt von denen. Also da muss ich sagen, habe ich sehr viel Respekt vor. Veganer Aufstrich, lecker Umami. Schmeckt wie Krabbe. Hier haben wir 300 Kilokalorien auf 100 Gramm. 30 Gramm Fett nur. 25 Prozent weniger, das ist schon nicht wenig. Hier sehe ich was an Konservierungsstoffen, was ich so noch nicht gesehen habe. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was es ist. Kaliummetabisulfid. Kommt aus Belgien, die Firma. Wieder so leichte Pharma-Salat-Vibes hier vom Geruch her. Sehr salzig wieder. Also so pur, kann ich nicht so empfehlen. Aber ich glaube auf Brot, auf Knäckebrot oder so. Ah, guck mal. Auf Knäckebrot. Schmeckt aber solide. Ich kann es erahnen. Das ist wie so ein Farmer-Salat ohne Früchte drin. Und sehr salzig. Leicht fischig. Kann man eher mal probieren als die andere Geschichte. Zweieinhalb bis drei Sojabohnen. Aber ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ist aber okay. Und Planted ist natürlich auch wieder dabei. Sie haben nämlich jetzt eine virgale Ente mit am Start. Schon ein bisschen komisch sowas zu sagen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Auf Art von Ente, asiatische Art hier von Planted. Planted hat mich bis jetzt fast nie enttäuscht. Planted ist ja auch bekannt dafür, dass sie keine Zusatzstoffe mit reinmachen und alles auf natürliche Weise herstellen. Erbsen und Sonnenblume. Sojasauce ist dabei. Auf 100 Gramm haben wir 157 Kilokalorien. Ist auch in Ordnung. Fett 3,4. Im Verhältnis zu 22 Gramm Proteine. Das ist auf jeden Fall mal ein Pluspunkt. Definitiv. Ich finde sowas einfach absolut genial, dass man das so herstellen kann. Da würde ich sagen, machen wir das auch noch in der Pfanne gleich heiß. So, hier haben wir jetzt die vegane Ente. Ich muss sagen, beim Aufmachen eben schon im unerhetzten Zustand hat er schon sehr süßlich gerochen. Das liegt wahrscheinlich an dieser Asiasauce, an dieser Miso-Paste oder so. Ich habe keine Ahnung. So ähnlich ist es so total komisch, über das Thema zu sprechen. Ente an sich. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Irgendwann zu meiner nicht veganen Zeit. Und ich weiß auch, wie sich das irgendwie noch so im Gedächtnis abspielt. Ente an sich hat ja auch so den Charakter Fett drumrum und eher trockenes Fleisch. Und hier ist es ähnlich. Weihnachtlichen Charakter irgendwie. Ist gut abgeschmeckt. Wer es gerne mal probieren möchte, auf jeden Fall könnt ihr das mal probieren. Vegane Bratensauce dazu, Kartoffeln, Rotkohl. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passt. Ob ich das jetzt selber essen würde, weiß ich noch nicht. So drei Sojabohnen, dreieinhalb, würde ich dem Ganzen schon geben. Dr. Oetkers Spicy Barbecue, vegan. 2 x 125 Gramm Baguettes, also 250 Gramm Inhalt. Marinierte vegane Zubereitung auf Erbsenproteinbasis. Hä? Kartoffelchips? Ernstsaft? 202 Kilokalorien, 5 Gramm Fett. Auch wieder sehr stark. Eiweiß 6,7. Heißt also, wir haben hier mehr Proteine drin als Fettgehalt. Auch sehr stabil. Ist nicht immer so, wissen wir. Besser hätte ich die definitiv nicht hinbekommen können. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Aber, oh, oh, meine Güte. Von außen knusprig, nicht zu hart. Von innen noch schön weich. Ist sehr spannend, was im Mund passiert. Ein bisschen knusper, ein bisschen weiche Geschichten. Die Soße spielt gut zusammen. Barbecue kommt auch raus. Es ist nicht zu dominant. Rauchnoter mit drin. Super cool. Das Grillgemüse, das schmeckt man auch noch raus. Ist auch sehr lecker. Ich bin ja sowieso sehr, sehr geschmacks- und geruchsaffin. Deswegen schmeckt man die Sachen so auch ein bisschen raus noch. Also ich kann schon verstehen, warum die ein Vegan Food Award bekommen haben für das beste Tiefkühlprodukt. Dieses Baguette holt mich auf jeden Fall ab. Kriegt von mir auf jeden Fall mindestens drei Sojabohnen. Wenn nicht sogar dreieinhalb. Kratzt vielleicht sogar an der vier. Habe ich hier von Dr. Oetker die Special Edition Kebab-Style Pizza. Das Ganze kommt direkt mit Backpapier. Also nicht das Backpapier mitessen bitte. Wir haben 425 Gramm Nettogewicht. Wir haben hier keine Geschmacksverstärker drin. Auch sehr cool. Fermentierte Creme auf Basis von Rapsöl und Hafer. Bin gespannt. Das schiebe ich gleich in den Ofen. Das sieht auch ziemlich lecker aus. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, dass der Reibe schmelzt teilweise am Rand. Nicht so gut. Minimaler Abzug in der B-Note. Auch richtig schön knusprig geworden, aber nicht zu hart. Es ist goldbraun. Es ist genauso wie es sein soll. Let's go! Dr. Oetker, ist eine Ansage. Cremig, knusprig. Die Sauce ist super lecker. Mit dem Kebab-Style kann man auch erahnen. Doch. Die haben auch schöne Würze. Das bringt ein bisschen Bums in die Bude. Das überzeugt mich. Holt mich ab. Fast perfekt gewürzt. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Gemüse sein können. Fehlt nicht viel zu 105. Und da ich keine 4,75 gebe, gebe ich hier auf jeden Fall 4,5. Soja. Also die gefällt mir hier richtig gut. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit ganz viele neue vegane Joghurt probiert. Wenn mich das interessiert, dann klickt gerne mal hier auf dieses Video. Viel Spaß dabei. Guten Hunger. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.